Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Lissi. Hallo ihr Lieben. Hallo. Irgendwie war ne Rutsch irgendwo. So. Wir wollen nach Iridium Blythe. Ja. Und es zu Ende bringen. Wir wollen es zu Ende bringen. Wir haben eben schon gerätselt, wem wir gegenüberstehen werden. Ja. Vielleicht ist Sarazza auch, der Krieger. Spürst du das? Dieses Knestern in der Luft. Wenn man jemand unbedingt umbringen will. Hab ich lang nicht mehr gespürt? Oh, er spürt überhaupt noch was? Tu alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tut als eine alte Jungfer. Okay. Brick und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Das ist die Hauptsache. Du hattest viel Spaß, Brick. Mit deinem Kampfstil. Du fährst. Nein! Ich will nicht. Okay. Was soll ich denn nehmen? Diesen Gelände-Dingsbums oder den Renner? Darfst du die aussuchen? Darf ich mir aussuchen? Ich nehme das, was ein bisschen mehr Power hat. Genau. Mein Sägeblattfahrzeug, das mag ich am meisten. Ja, ich weiß doch. Du musst jetzt hier wieder rechts durch. Ja, genau. Das dauert aber einen Augenblick, bis sich das Ding öffnet, bevor du wieder meckerst. Ey, fahr mal weiter. Ey, fahr weiter, ey. Wir werden angegriffen. So. Wo müssen wir jetzt genau hin? Rechts. Da kann man da oben durch. Ach, nee, da kann man nicht durch. Aber da sind wir ja schon. Dann gehen wir den Rest zu Fuß, die letzten drei Meter. Und? Ja! Alles klar. Ich liebe es, wie sie aus dem Auto aussteigt. Schön. Hey, Claptrap. Ich rede mal mit Ihnen. Jetzt gilt's, Untertan. Der Tag unserer Rache ist gekommen. Nicht ihn. Das war ja auch nicht der Arsch. Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben. Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard, Handsome Jack, selbst erledigen kann. Kannst du mich noch heilen, wenn du auf mich schießt? Hast du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet. Du hast meine Modellreihe vernichtet. Ich bin der letzte existierende Claptrap und er steckt deinen Kader bei meiner Eier ins Maul. Ihhh. Untertan, zieh hier Feuer auf dich, während ich mich zur Türsteuerung stehle. Okay. Sichtbar. Wir werden weit heiz, gescheitert. Ein, äh, Paare runter. Paare runter. Paare weg wäre schön. Ja. Ja. Ja, bitte Reparatur. Nein, du kriegst keine Reparatur. Was haben wir getan? Gut gemacht, Untertan. Ich habe mich bei der Steuerung enttarnt. Lass mich diese Tür öffnen. Was ist jetzt? Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Ahahahahaha. 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 Ja? Na? Und öffne dich. Zugriff verweigert. Ist das? Ich sagte, oh und öffne dich und nicht, oh und schließe ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Ah, super. Nein. Nicht noch mehr Einheiten absetzen. Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Granate fliegt. Die hat von meiner Nase gesprungen. Wie dreist. Ja, die sind aber noch irgendwie unter dem Schild. Haben die nur ein Schild? Nein! Scheiße! Häh? Mach die Schilder weg! Oh, scheiße! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ja, das ist eine gute Idee, das mach mal! Zugriff verweigert! Nun sei das nicht so! Zugriff gewährt! Hm, was für ein Versager! Ja, er wird kurz sagen! Oh! Oh! Gut, wenigstens etwas. Was? Ich überbrücke die Tierschlösser! Halt durch, Untertan! Ein bisschen Gesundheit wäre immer super! Oh, der labert! Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt! Wie viele von den Kallen sind in der Luft! Badass ist im Einmarsch! Oh, auch noch Badass! Wow, wow, wow! Kann noch kein Geschütz stellen! Jetzt aber! Aber, glaub ich, die Überschritte jetzt nicht mehr, oder? Oh! 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 Ich kämpfe! Oh! Ausgerechnet da! Na, nur bleib doch mal! Das wird wieder! Das wird wieder! Oh, oh! Jetzt kämpfe ich! Nein! Nein! Jetzt auch nicht, dass ich... Ach, boah! So, ich steh wieder! Ah, danke! Oh! Wow! Gut! Oh, der nervt roll! Ich feiere dich! Nein! Das ist voll bastell ätzend! Es ist voll cool! Wir haben's geschafft, Untertan. Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten. Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Ja, dann mach sie doch auf, du Laber. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Henson Jack mit blausen Händen töten. Ich werde... Stufen? Nein! Ja, tschüss, Claptrap. Das war so klar, dass denn irgendwas scheitert. Trage dich. Untertan, du musst ohne mich weitermachen. Mach deinem Gebieter alle Ehren. Tschüss, du Lusche. Mach alleine weiter, ist die Aufgabe. Ja, hier geht's auch jetzt weiter. Heroes Pass. Don't check. Woher wusstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Außer Stromschlägen und Explosionen und Schusswaffen raus... Oh! Oh, schade! Der war gerade am Reden. Oh, das hätte ich so gerne noch gehört. Stürst du Skinsmörder? Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Das Ende der Welt? Okay. Muss das ganz pragmatisch sehen. Oh, das ist ja nie auf der Auge. Möge es nicht auf seinen drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Schleiß ich da voll da zurück? Da drüber vor, ey, ja. Halbtot? Ah, das kriege ich wieder her. Ja, was willst du, ey? Ja, was willst du, ey? Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Okay, da sind Gegner. Wenn du kommen würdest, wäre das gar wunderbar. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade im Inventar. Oh, ich höre dich ja lachen. Du amüsierst dich ganz köstlich. Ja. Ach, das sind schon wieder diese blöden Radlader-Dinger. Oh, die brauchst du lange, um das Ding nachzuladen. Schneller. Gesundheit. Danke dir auch. Ah! Ein Palperian-Infiltrator, okay. Du hast ihm einen Arm abgeschossen, den Arm. Tut so. Auch auch keinen. Ach, der war schon. Vorsicht! Das ist eine Granate. Ach so. Tun deine Granaten mir weh? Das weiß ich eben nicht. Nachdem die anderen Waffen uns auch gegenseitig irgendwie verletzen oder so ein Schild runter machen. Wow! Ich kämpfe übrigens. Mhm. Schieß weiter! Ich bin hinter dir. Das rechne ich dir hoch an. Ich bin hier! Danke. Bitte. Ich treu Wait. Du bist ja auf 기본. Ich hab' den Schild verloren. gerade nicht gerade ist gut schiff ja das lädt jetzt gleich was aus würde ich sagen das kann nichts gut zu sein nein also schreibt doch nicht rum so langweilig sein wie du ach guck mal boah der haut aber rein was ja ich bin doch mal kommt jetzt auch alles klar wie viele freunde wir haben das kenne ich ja gar nicht aus dem echten leben ich folge deinem kampf stil der der zeigt in die richtige richtung ich bin nicht gesprungen wie kann ich nicht springen scheiße ist er aber schuldig springt mann auch hier inhalt die klappe Wir kommen ja gerade rechtzeitig. Ja. Wir bleiben lieben. Wir müssen Druck machen, Fred! Du kannst uns nicht aufhalten! Genau. Vorwärts! Vorwärts! Brüllen doch nicht so. In den Kampf! Irgendwas fliegt da oben. Oh nein, da kommt ein Schiff! Das ist Mordecai. Für Schottland. Feind in Reichweite. Automatikgeschütze werden scharf gemacht. Oh, 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 oh. Auf dem Schiff steht vor Bloodwing. Natürlich. Shit, also die Geschütze sind aber echt übel. Die sind doch vor allem noch geschädet, ne? Ja, eben. Bringt gar nichts. Wow. Können wir die irgendwie ausschalten oder sowas? Ja, der bekämpft seine eigenen Leute! Das klappt! Es klappt! Sehr gut! Viele Sachen. Er hat eben auf seine eigenen Leute geschossen. Cool! Schieß auf die Tür, Mordi! Ich muss außen rum, um schießen zu können! Halt durch! Das sind noch die beiden Geschütze, die angezeigt werden, ne? Ja. Ne? Okay. Da wird gerade ein Bot gebaut. Eine Wallloadung. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Wo, 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 wo? Oh! Oh! Der ist schon tot. Sehr verbunden! Dankeschön! Danke! Oh, jetzt kämpfe ich! Ich bin bei dir! Danke! Ich bleib ruhig! Oh, oh! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Bleib hier! Bleib hier! Kriech nicht weg! Das fällt mir so schwer! Ja! Danke! Halt still! Okay! Ich weiß jetzt nicht mehr, wer auf meiner Seite ist! Keine Ahnung! Ich bin auf Medikids gestoßen! Sauber! Nächstes Level! Juhu! Und Gesundheit? Ist das Gesundheit? Achso, ich brauche keine Gesundheit. Logisch! Drüben Slap! Ich bin hier oben! Ja, ich sehe dich! Wir sind ja gar nicht gemeint! Achso, jetzt ausgeschaltet? Doch, wir sind doch Slap! Achso! Ja, der Kampf geht mit meinen eigenen Leuten! Ist doch schön! Nein! Cool! Äh, was machen die beiden? Landungsschiff wird als Ziel erfasst! Beginne mit lunarem Bombardement! Kacke! Sie haben uns im Visier! Geh endlich, Strap! Geh! Ja, wir gehen doch schon! Wir haben ein paar Kisten drauf gemacht! Sterben die jetzt einfach oder was? Oh! Ja! Level Up! Oha! Das ist ein Konstruktor! Ja! So, der ist weg! Sauber! Ah! 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 Nicht mit mir! Boah, der war gerade down! Warum? Halt durch! Ich bin bei dir! Da hinten ist einer! Ah! 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 Jetzt müsst ihr ja eigentlich gegen die anderen kämpfen! Okay! Es sind gerade keine anderen da, oder? Aber dann kann ich ihn noch umbringen! Tschüss! Boah! Boah! Ja! Oh! Das war ein Kommando-Mod! Oh! Okay! Warte! Ich will mal kurz leveln! Ja, ich auch! Was nehme ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja alles andere aus... Ich nehme jetzt noch mehr Gesundheit! Das kann nie schaden! ... ... ... ... ... ... nicht mehr Schild! Passt da?! Okay! Hm, hm, hm. So! Dann読 mal weiter! Hm, hm. Was ist denn hier zu Brick und Mordecai passiert? Die, äh, sind in den... ... ... Flittervorhungen? Ok. Wie sie es noch ankündigen, werde unsichtbar, man kann mich nie mehr sehen, übrigens, hier drüben bin ich. Am besten halten sie sich noch die Hände vor die Augen oder so. Ja, genau, du siehst mich nicht. Kann man da irgendwo hin? Dann eben so. Super Badass Loader. What the fuck. Kann ich ihn auch auf meine Seite kriegen? Ich versuch's einfach mal. Ich renne rein. Äh, nein. Okay, das war's. Oh, ich kämpf um Scheiße. Ja, ich kämpf auch. Aber der Super Badass ist gleich down. Ah, hab ihn. Sauber. Aber du bist... Doch, du bist wieder... Ich seh gar nichts mehr hier. Ach, da hinten sind sie. Auf die Beine mit dir sollten. Danke. 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 Ich kann ihn jetzt sehen. Okay, sauber. Die Granate war da echt gar nicht mal so schlecht. Oh. Oh ja, wo? Oh, das hab ich gerade genommen. Aber da hinten lag, glaub ich, noch eins? Nee. Du müsstest aber eigentlich auch... Ich bin hier wieder die merciful Nurse. Also theoretisch müsstest du... Ja, ich regenerier auch ein bisschen. Aber halt relativ langsam. Woah. Was ist das? Öh. Badass Constructor hängt da hinten dran. Ist das denn? Der legt den hier ab, oder was? Wo ist der Badass Constructor? Der hing an dem Schiff. Ja, der wird da hinten abgelassen. Tatsächlich. Ah, okay. Hab ich die Raketenscheiße? Was macht man hier aus? Oh, hier gibt's so viel Brustonen, aber keine Raketen. Ist immer mega kacke. Boah, das macht dir überhaupt nicht viel. Hält so viel aus, das ist der Wahnsinn. Ja. Also im Auge mach ich ihm 12.000 Schaden. Das ist schon mal nicht verkehrt. Mit meiner Sniper. Ah. Ah, scheiße, ich kämpfe. Komm mal. Ruhig bleiben. Das rechne ich dir hoch an. Wow, okay. Okay, ich werde weiter probieren. Okay, der ist gleich down. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Mann, ist gut jetzt. Nein! Warum mit dem letzten Schaden verdammt nochmal? Alles klar. Ich helfe dir. Wow. Danke. Bitte. Bitte. Da unten. Ah, ich kämpfe. Du stehst schon wieder. Oh Gott. Wahrscheinlich ein Geschützabschuss oder so. Da hinten ist auch noch einer. Alles klar. Da hinten ist auch noch einer. Also noch den Sargent-Loader hier hinten. So, der ist weg. Oh, 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 oh. Was? Hinter uns? Wo bist du? Boah, da oben. Die blöden Reparaturbots sind das. Alles klar. Dass man das immer versteht. Da ist noch einer. So. Boah, kann ich mal aufhören, die scheiß Viecher? Stirb. Da hinten ist noch einer. Also, wer das mitgekriegt hat, könnte ja mal erzählen, was jetzt einem, die mit Brigg und Mordecai passiert ist. Das würde mich mal interessieren. Ja. Ah. Da hinten ist noch einer unsichtbar. Ja. Da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Da hinten ist noch einer. Ja. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, beenden wir die Folge. Wir sind nämlich über Länge. Wirklich erstaunt. Sagenhaft. Okay, hier ist eh der Übergang. Da können wir noch jenen gehen. Hier scheint es noch eine nette Kiste zu geben. Geht so, ne? Geht so. Naja. Aber ein paar Granaten kann ich nochmal wieder gebrauchen diesmal. Wenn ich dran denke, benutze ich sie auch. Hier ist The Vault of the Warrior. Also die Kammer des Kriegers. Oh oh. Dann werden wir in der nächsten Folge reingehen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Macht's gut. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss.